... und spende etwas für die Stiftung Weltkulturerbe Stadt Bamberg. Guck mal, was eine tolle Geschichte, eine Idee, eine Spende hier auf den Weg zu bringen, um die Wertigkeit der finanziellen Unterstützung zu unterstreichen, findet hier das Spendengeld Eingang in die Höhle der Sparkasse, um dann für kulturell hochwertige Zwecke Anwendung und Einsatz zu finden. Herzlich grüßt! Was sind die Höhle der Sparkasse? Euer MLN.